Hallo, willkommen, neue Folge NTTT und dann muten wir uns alle. Eurer Lieblingsmitspieler ist zurück, der sich nicht mutet. Er hat fertig gegessen. Schöner Kreis. Danke, Mann. Wunderschön, Kunststudium. Ist es wichtig in der Annahme, dass du Traitor bist? Äh, ja, aber Maeve würde auch sterben. Also eigentlich hattest du einen Doppelwin. Doppelwin für mich. Wir haben sie uns beide vorgenommen. Oh mein Gott. So, da würde ich sagen, ich wollte gerade sagen, Detective, habe ich mir nicht was verdient. Ich habe keine Ahnung, wer ist unser Detective? Sean. Detective, ich habe zwei Leute gekillt, kriege ich was? Ähm, Korts Ehrat Demonstrantum. Na, ich habe, ich habe Zombie in den Kopf geschossen. Wen hast du gekillt? Was ist passiert? Ich habe Zombie in den Kopf geschossen, aber da war es mit Maeve und beide sind gestorben. Cool, Fully. Oh, du? Ja. Was war das? Oh mein Gott, die Statue. Oh, Weeping Angel. Na ja, den hat jemand auf mich geschossen. Was war das gerade? Inwiefern, Fully, hä, hat Fully auch? Ich habe auf Maeve geschossen und Fully hat auf Zombie geschossen, gleichzeitig. Warte, auf, 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 auf wen geht der? Der geht auf mich, glaube ich. Der geht auf mich, ja, ich hab sie. Oh Gott! Das ist Johnny, oder? Das ist Johnny. Mich Johnny, sie erschieße ich ihn. Okay, die Waffe ist ja schrecklich. Hallo, Hocky. Okay, anscheinend ist Ricky gestorben. Ricky ist tot, Vorsicht. Vorsicht. Ricky ist tot, äh, Hocky. Johnny hat die Runde geholt. Wer von euch hat gesehen, dass Johnny mich einfach vor euch an der Schoss, ne? Das war, das war, das war ein Boomerang. Aber ich habe super scheiße gespielt, aber keiner hat sich für mich gejoggt die Wunde. Das war irgendwie Lucky. Ich wurde von der Welt aus geschaltet und ich verstehe nicht warum. Von dem Engel. Mit dem Angel, der stand hinter dir. Ihr seid es doch nicht gewohnt, dass Johnny wieder zurück ist. Hab ich den nicht mehr angeschaut, hab ich den schon wieder vergessen nach drei Sekunden? Ja, ja. Ja, ja. Johnny hat aufgegessen. Neues Highlight. Ja, ich bin zurück. Ein bisschen schwimmen hier. Ja, das habe ich gehört, dass Johnny, äh, wieder zurück ist. Na, er hat endlich aufgegessen, ja. So, 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 Timo, ein bisschen im Traitor-Shop. Uh, kann ich die haben? Kannst die Galil haben? Mogi, guck mal bitte in das Wort. Ne, meine ist besser. Ah, nee, jetzt ist das so schön. Meine ist besser. Johnny war wieder der Einzige, der nicht gemütet war. Oh, das ist wieder ganz geil. Was hast du für eine Waffe, Timo? Ähm, soll ich die mal hinlegen, dann wirst du dir die angucken? Ja, nimm's mal her. Nimm's mal her. Nimm's mal her. Nimm's mal her. Oh, Mogi, reife gelegt, Zombey. Oh, der ist ja tot. Scheiße, was ist neben passiert? Woran ist der jetzt gestorben? Was geht ab? Warum ist der tot? Bullet Damage. Komisch, dass hier Mav und Zombey sind. Die sind doch sicher nicht Traitor oder sowas, ne? Okay. Das ist super sus. Ich habe doch ganz sicher nicht gesehen, wie er erschossen wurde. Das ist jetzt gerade mega sus. Irgendwie? Wer hat denn eine PP19 von den beiden? Safe, Mav. 19 Zentimeter. Ah, okay. Wir haben es gewusst. Okay, okay, okay. Okay, entweder Mav oder Zombey sind es noch. Oder beide? Zombey oder Mav. Also, wir haben drei Traitor, oder? Achso, aber was war das denn für eine billige Aktion? Äh, hallo und willkommen. Ich habe gerade herausgefunden, dass ich gemutet war bis gerade eben. Das ist okay, das ist okay. Es ist nichts passiert. Es waren nur die ersten zwei Runden. Es ist nichts weiter passiert. Davon erzählen wir niemandem, okay? Das ist unser kleines Geheimnis. Yeah. Okay. Auf jeden Fall, Mav und Zombey sind es. Okay, ich erschieße ihn einfach. Es ist mir egal. Das ist die richtige Einstellung. Ich hätte schon nicht gewusst. Zombey hat eine Seife gelegt. Da hat er mich erschossen und Mav hat es einfach zugelassen. Also Zombey ist es 100 Pro. Timo und Hocky wollten das Ganze ermitteln, aber sie sind kläglich dabei gescheitert. Ich glaube, Timo ist auch schon tot. Oh, da ist Zombey, da ist Zombey. Ja. Dachte ich mir. Und der andere ist Mav. Ja, okay. Dann ist Hocky. Dann, ich habe Zombey erschossen. Dann Mav. Moment. Dann, ich habe Zombey erschossen. Was willst du? Nein, nein. Dann ist es... Dann ist es... Warum hat Mav Zombey nicht... Oh mein Gott. Ich bin super... Egal. Ihr wisst nicht von der Runde, was passiert ist. Aber glaubt mir, ich war mir... Mav hat einfach zugesehen, mich erschossen, wurde einfach zugelassen. Okay. Unglaublich. Unglaublich. Nein! Ach. Alter, Hocky. Woher wusstet ihr, dass ich Traitor hatte? Du hast doch den Zug gemacht. Mav. Aber woher wusstet ihr, dass ich das war überhaupt? Mav, er hat mich erschossen und du hast es einfach zugelassen. Ja, aber ich habe mit Zombey geschrieben, dass du nächste Runde stürmen musst. Oh, er ist sehr geprägt. Ach ja, stimmt. Ihr wart ja das... Pass auf, meine erste Runde. Oder bist gerade eben bei der Runde. Ich habe mich nicht entmutet in OBS. Das heißt, ich habe die ersten zwei Runden nicht aufgenommen. Und dementsprechend weiß ich nicht, wovon du redest, Mav, ehrlich gesagt. Ich denke, sehr rachsüchtig von euch. Und nicht angebracht. Ich mag das nicht direkt bei den Gericht. Ich stelle einfach meine Sicht rein in den ersten beiden Runden. Ich bin Detective. Ich wollte die Shotgun behalten. Die ist gut im Nahkampf. Willst du mal sehen? Boom! Oh. Nein, okay. Aber willst du die Farmers haben? Ich habe dir die voll dreckig weggeschnappt. Nee, nee. Ich will wirklich die Shotgun haben für die Map. Ich denke, die ist in Ordnung. Die Farmers sind so scheiße. Was habe ich für ein Spray? Oh, Knirsch. Ja, so fühle ich mich auch, müsst ihr wissen. So fühle ich mich auch. Ich habe gerade zum vierten Mal auf OBS rüber geschaut, um zu sehen, ob ich auch wirklich aufnehme. Und ich habe in der Tat wirklich aufgenommen. Mav, ich nehme wirklich auf. Siehst du mich? Ich bin, ich bin richtiger, ich bin richtiger Streamer. Geil. Nein! Ach, eine Sache, die ich mir angewinnen sollte, ist, wenn ich mit Leuten rede, dass ich in Bewegung bleibe und nicht einfach nur dastehen. Das ist eine sehr schlechte Angewohnheit von mir. Genau wie bei denen. Mav wird sie alle erschießen. Wohin? Wohin? Was stehst du denn? Ich habe auch zu mir getan. Du wolltest auch in die Hand. Ich hoffe, das ist schon wieder. Das ist übrigens ein Map aus James Bond 007 Nightfire für Nintendo Gamecube, Xbox, Playstation 2 und PC. Ganz recht. Es geht nicht. Nicht ich. Was ist die Verteidigung? Nicht ich. Oh, clever. Das ist ja ein Raum. Stark ist schon, stark. Der Thomas war ziemlich stark, man. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich muss mich durch die Wand schießen. Ich glaube, du hast zwei Leute damit erwischt. Auf einmal ballern alle um sich. Ja, bist du Angst, dass ich Gitarre damit erwische? Ich habe Zombies Verteidigung in seinem letzten Moment gehört. Sie ging folgendermaßen. Ja, normal, ich habe ihn gelogen. Ich habe als erstes reichen gesagt, sie schießen auch und dann gesagt, einfach nur, warum schießen Leute? Ja, normal, ich habe ihn gelogen. Okay, wo ist Mogi? Nein, was? 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 Der Chef hat mich schon wieder erschossen. Ihr könnt es nicht so weitermachen. Wo mache ich das nochmal? Okay, es wurde so weitergemacht. Warum? Wieso? Das ist nein. Der Arme. Das ist Mobbing. Das ist Mobbing. Sie können das jetzt so weitermachen. Moin, moin. Bist du hier ein bisschen am Traitor-Waffen raussuchen? Im Traitor-Shop unterwegs? Dann würde ich nicht hier rumparcouren. Ich gucke allgemein. Das sind auf jeden Fall gute Runden von mir soweit. Ich habe nur eine Winchester und da fühle ich mich nicht so sicher. Das ist so eine Lüge. Er ist tödlich mit der Winchester. Wenn du das unterschätzt, ein schöner Headshot, dann kann man da schon mal was ausprobieren. Ja, aber die hier, die schießt so viel schneller und macht genau dasselbe. Ja, da hast du recht wahrscheinlich. Ich muss noch ein bisschen die Waffen-Streads ausbauen. Das hat Maeve schon wieder zu ihm Held. Ach, er ist auch Traitor. Er ist echt gut. Bulli. Der arme Bulli. Muss ich erstmal die Wunden lecken. Vorsicht, nicht, dass du noch einen Arm verlierst, Bulli. Ich habe Berserk noch nicht gelesen, obwohl ich das vor einem halben Jahr oder so machen wollte. Mache ich bestimmt irgendwann. Elobahn hat mir vom One-Piece-Manga zu Weihnachten den East-Blue-Arc als Manga geschenkt. Was soll ich jetzt eigentlich noch machen? Den sollte ich wirklich mal lesen. Ich sollte es wirklich tun. Und das war, das war meine Geschichte. Hm. Ja, war nicht so interessant, Bulli, oder? Braucht ihr irgendeinen guten Plan? Warum sind alle meine Traitor-Kollegen tot? Wie deine Traitor-Kollegen? Hm. Weil welche Rollen sind dann Zombie und Maeve? Was? Ne, warte, Zombie war Traitor. Hä? Vielleicht. Oh. Was ist das schon wieder? Was war das Gemälde da? Oh, keine Ahnung. Scherben bringen Glück. Bulli, kommst du bitte wieder? Okay, ich gehe ein bisschen suchen. Wenn ich tot bin, du magst du... Ach nee, wir stellen ja zusammen. Nein! Ab ihm. Er hat die ganze Zeit... Hat schon wieder Team Liebende? Junge. Es sind immer die Liebenden. Es kann nicht so weitergehen, dass einer von euch beiden mich immer in den ersten 10 Sekunden erschießt. Das ist eine gute Folge bei Morgi. Schaut da in die Q4, ey. Du musst aber nur höflicher zu uns sein. Als ich gesehen habe, dass du tot warst und Zombie, das wahrscheinlich war in meinen Augen, habe ich mir gedacht, okay, den hole ich mir jetzt als mein Armehörer zu wieder. Die Runde holen wir uns zurück. Und Mephich war undecided, deswegen sage ich aus dem Shop. Ich fand Goon, wie Sean und Gitano ich direkt Karma gekriegt habe, weil wir Hockey so genervt haben. Ah, bad luck. Warte, wo, wo ist, wo ist, wo ist, wo ist denn, wo ist denn da, ist die Treppe? Sei mal nicht so frech, ich höre dich ganz genau. Okay, okay. Und Energy. Der ist leider schon leer getrunken, ist ein bisschen das Problem daran. Nun könnte ich ihn nicht aufheben. Ach, der ist schon getrunken. Detective, was machen wir jetzt? Bist du gemutet? Du hast doch kein Wort gesagt. Oh, ich bin gemutet. Upsi. Ich wollte sagen, Detective, was machen wir? Ach so, ich habe auch rumgeschrien, dass ich nicht wieder erschossen werde mit den ersten Sekunden. Es hat wohl niemand gehört, das ist okay. Ich meine, unter meiner Watch darfst du gerne Rache verüben, wenn du willst. Dankeschön. Gaitano. Okay, Moggy. Ich weiß, du bist Traitor. Ich weiß, du bist Traitor. Was wollte denn der von mir? Was ist denn schickes Timo passiert? Ah, das ist Mordor. Oh nein, das ist Mordor. Das ist lustig. Hallöchen. Hallo. Ich habe ein schönes Break für euch. Ja, da bin ich. Das haben euch gar nicht alle mitbekommen. Ich habe das letzte Folge geliebt. Oh mein Gott sind da viele. Oh mein Gott sind das viele Schlangen. Ah, sie sind überall. Wer will schießen da? Das sind echt viele Schlangen. Böse Schlangen. Da ist es noch, ah, sie sind überall. Die haben Namen. Heißt nicht nur Schlangen. Einer heißt Johnny. Oh ja, stimmt. Ja, ich will trotzdem, oh mein Gott sind die furchtbar. Ah, die Schlangen. Die Schlangen, Hilfe. Bulli, die Schlangen. Die Schlangen sind so gefährlich, passt auf. Sind so gefährlich, Bulli. Ach man. Das war vielleicht, ach ja, das war, das war vielleicht, äh, vielleicht zu riskant. Wir haben vielleicht zu viele Schlangen abgefeuert. Maeve und Zombie, aber beide sind fast tot. Maeve heilt sich. Der hat eine Energie gefunden. Ein kühles grünes. Ich glaube nicht, ich habe Fully gekillt mit meiner Aktion. Ich hoffe doch. Hallo. Ich wusste halt nicht, dass die Schlangen dann direkt, äh, in den ersten Stock hochfliegen werden. Das war, das war ungünstig. False God. Das ist nicht ein falscher Gott. Hä? Was? Hi Jonas, Amazonas Zuschauer. Was macht Zombie hier? Bisschen campen. Sind die Schlangen weg? Die Schlangen sind schon lange weg. Scheinbar. Wo ist Maeve? Maeve ist da, ach, komm schon. Die Map ist doch nicht so groß, ihr könnt doch nicht. Wir laufen uns einfach 10 Minuten nicht über den Weg, ich sehe schon. Wie, wie können die die ganze Zeit im Kreis laufen? Das gibt es doch nicht. Ist ja unsichtbar. Ne. Oh. Kapp, schau. Schrezoga. Wo bist du? Ich will da nicht rausgehen, wenn du draußen bist. Der ist auch nicht draußen. Halt, wo oben bist du? Oh, 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 oh. Na endlich zeigst du dich mal. Oh, oh, jetzt wird es ernst. Wir haben hier schon 10 Minuten im Kreis. Hör ich auf. Aua. Ihr seid immer, ihr seid wirklich gegenüber voneinander die ganze Zeit. Oh nein, Alter. Hab dich lieb. Wir haben vielleicht zu viele Schlangen abgefeuert. Zu viele? Ja, ja, ja. Ich wusste, ich meine, woher hätte man wissen sollen, dass sie den ersten Stock hochspringen können? Das war sehr kritisch. Du musst erst mal auf die Hochstation gehen. Haben die Schlangen ein paar gekillt? Ich hoffe doch. Alle, glaube ich. Also mich haben sie gekriegt. Mich auch. Ich weiß nicht, was mich gekillt hat. Eine Explosion von Maeve. Ja, Mitch hat eine Explosion erwischt. Ja, das war mein Molotov-Cortell-Fulli. Der Among Us war das, glaube ich. Der Among Us macht eine Explosion, okay. Ja, ja. Das Ding ist, Morgir, ich weiß, wie leicht man dich als Traitor immer überführen kann, wenn man... Du hast mich nicht überführt, ich hab dich erschossen. Wenn du vor dich stellt, aber extra Sass wirkt und du Traitor bist, dann tust du immer nichts, weil du dann unauffällig wirken willst. Ich bin unauffällig. Danke. Du hast mich befreit. Hallo, Mel. Die Wahrheit meines Tuners geht einfach weg. Was denn? Ich will nicht... Was will der denn von mir? Die Eid schweigt man gerne an. Ich schweige nicht. Was ist hier los? Riki, Gaetano sagt, dass ich Traitor bin. Da fühl ich mich so. Dürfte ich mich selbst verteidigen? Knirsch. Alter, soll ich eine Sniper nehmen? Ja, darfst du. Knirsch. Mach alles in Ordnung. Hier bin doch noch das Riki-Spa hier drin. Oho, hier, Leute, hier. Das ist sehr ungünstig, hab ich auch sehr das Gefühl. Na, warte, das ist eine Falle, das ist eine Falle, das ist eine Falle, Gatano's Traitor. Der ist Traitor, das fühl ich doch, der ist Traitor. Gatano's Traitor! Alle drei, alle drei. So ein Goku, Vegeta und so. Perfekt. Boah, das ist der aus Digimon, ne? Oh, oh, oh. Yo. Da ist er. Oh, ey. Er hat sie mal gestorben. Das war safe, Gatano. Zombie ist das jetzt oben. Schwein. Ich hab nicht geschossen, ich hab nicht geschossen. Ich schwöre, alle schießt auf mich. Stopp. Stopp, wir bleiben Schwein. Meine Waffe klingt anders. Meine Waffe klingt anders, schau mal. Meine ist richtig laut. Da hinten, die Ratte, die Ratte hat geschossen. Die Ratte, hinter dir hat alle kröpter geschossen. Die Ratte. Nein, die Ratte, nein! Nein! Ich glaub, ich war schon wieder nicht gemutet. Äh, entmutet. Ich glaub, das ist der Trend heute, dass ich das immer vergesse. Okay, ja, die Sniper war keine gute Idee, mate. Sag mal, hab ich mich die Runde immer wieder vergessen zu entmuten? Wir haben dich nicht gehört. Du hast nichts gehört. Ah, warum passiert mir das heute die ganze Zeit? Bin ich jetzt Johnny oder was? Nein. Ja, nein. Ja, bist du Johnny oder was? Die Entertainment-Maschine. Übrigens, seit ich die Hotkeys auf der Maus hab, vergesse ich es nicht mehr. Ne, eine Maus ist super. Ich fange jetzt alles zu vergessen. Ich benutze auch eine Maus. Ich auch. Wir haben dafür gemeinsam. Aber Moggi ist doch die Maus. Du bist meine Maus, John. Habt ihr schon mal eine Maus probiert? Das ist ganz gut für den PC. Okay. Halt die Schnauze, Ricky, bitte. Ich dachte schon, du warst nach den Vorwürfen eingeschnappt. Ja. Oh. Ich geb dir gleich was. Okay. Hey, Volli. Ja. Fried. Der hat mir die Rolle geklaut. Was warst du für eine Rolle? Was warst du für eine Rolle? Was warst du für eine Rolle? Natürlich sehe ich es. Jetzt bist du an der Assist. Jetzt muss ich jemanden killen, um seine Rolle zu... Okay. Oh. Also ich würde sagen, wir sind schon. Wir sind ja alle neutraler Norbert, aber wir sind ja in der neutralen Zone. Und damit meine ich, ich bin buchstäblich in keinem Team. Als ich mal an der Assist war, habe ich Johnny gekillt und er war sehr sauer, weil er innocent war. Aber ich bin in keinem Team. Ich kenne jeden killen, den ich will. Töte doch. Er kann nicht wahr. Aua. Aua. Ricky, hör auf. Hör auf. Bist du Traitor? Ja. Du kriegst was. Okay. Was sollte das denn jetzt? Aua. Oh, die haben sich beide warm gestorben. Wir sind beide gleich. Oh, okay. Einer vom Leben. Immer immer einer von beiden. Hör auf. Hör auf. Er ist neutral. Er ist in keinem Team. Man muss sich jemanden erschießen. Ich hasse Neutralität. Mogi war Amnesist. Was ist der Amnesist? Ach, dass man keine Rolle hat. Der ist das immer. Der ist vielleicht identifizieren. Der ist ammutet gewesen. Der hat mich einfach erschossen. Ihm wurde seine Rolle von der Mimik geklaut. Dann wurde der Amnesist. Oh, was? Die schießen, die schießen. Prügeln schon wieder welche. Oh, die biefen. Warum sind alle, die da hinten hingehen, gleich tot? Schmomm? Ich hab's gesehen. Hä? Was war das? Komisch, was hier passiert, oder? Was war das? Also jetzt zu ernsthaft. Hoki war auch Amnesist. Hä? Was häng ich fest? Hä? Ich wollte rückwärts laufen. Ha! Du bist ja schon hier! Nein! Oh mein Gott. Jawoll. Guter Melf. War ich nicht, Voli. Zwei Amnesisten. Wenn dann hätte ich Riki erschossen, weil er Traitor war und nicht Traitor werden will. Ich wollte eigentlich, dass du sagst, ich weiß nicht warum, aber ich war richtig gersig. Ich sag, geh mal hinten da hinten Timo töten, dann bist du Traitor. Toller Bad, ich war die Garzombe, ey. Ja, was kann ich dafür, wenn deine Freunde mich erschießen? Ja, du wurdest vor mir umgebracht. Ja, ich weiß, von der Mit-Traitor. Du hast ein paar Mal zu oft gesagt, dass du neutral bist. Irgendwann dachte ich, ja fuck, der erschießt mich gleich, oder? Das ist das Problem. Du hast nachgedacht. Ach, deswegen hast du ihn nicht gekriegt. Das schließt man natürlich da raus, wenn jemand neutral ist. Nein! Mogi hat doch eindeutig zu viel Gaming. Geh weg! Oh nein, wie geht er? Er ist nicht püppig wie er. Oh, der braucht ne Zahnschiene. Okay, hier sind viele Leute, hier bin ich mir sicher. Ja, ich weiß nicht, warum wir alle auf einmal hinterher laufen. Halleluja. Kenne ich daran liegen, dass er mich erschießen wollte. Oh Gott, Maeve ist auch noch hier. Ach nee. Warum? Okay, Fully. Was war das letzte Run, was sollte das? Ich war neutral. Okay, pass auf. Ja, okay, pass auf. Ich hätte doch richtig erschossen, der war Traitor. Ich will doch nicht innocent werden, wenn ich Amnesis bin. Ich wusste das nicht. Aber du hast halt die ganze Zeit gesagt, ich bin neutral. Ich bin neutral, ich bin neutral. Weißt du, wie oft du mich in so einer Situation erschossen hast? Ja, aber wenn ich... Ich war wirklich neutral. Ich will doch nicht innocent werden. Ich erschieße doch keinen fucking innocent dann. Außer es ist Johnny. Warum hast du mir nicht gesagt, lass beide Riki erschießen, er ist Traitor und du nimmst die Rolle an. Weil Riki uns eine Traitor-Waffe geben wollte. Ich hab gesagt, wir sind alle neutral, du warst innocent, Riki's Traitor, ich war Amnesis und ich dachte, wir sind ein gutes Team. Ich hab's vermattelt. Ist okay. Okay. Warum lebt der Waluigi noch? Was ist eine Detektive-Waffe, ist es der Revolver, der One-Shot hat? Ja, die Traitor One-Shot hat. Okay, ich schieß auf mich. Könnt ihr mal Johnny untersuchen? Könnt ihr mal Johnny bitte? Untersuch mal Johnny. Warum? Wer, wer, wer? Untersuch mal Riki. Hey, ihr müsst ja Traitor gewesen sein, ich bin nicht gestorben. Untersuch mal Fully. Ja, dann macht das Früchte. Hallo? Hey Mogi, untersuch mal Fully bitte. Ich hab's nicht gesagt. Jungs, geht weg. Geht weg, ich habe nicht die Beweise. Nee, 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 nee. Nee, 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 damit wollen wir nichts zu tun haben. Wo wirst du hin? Was macht ihr da? Dieser verdächtige Ratte hinterher. Was ist denn? Geh weg jetzt! Was, 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 was willst du von mir? Ich weiß ja nicht. Du planst irgendwas. Ich will ihn nur nicht. Ah, Gott, genau das will ich nicht! Der Clown! Wie gruselig war das denn? Lass mich den Clown, nein! Was? Warum killt er jetzt halt noch grad jeden? Warte, er ist innocent! Ist er tot? Ist er, was? Was? Oh, er war kein Blocker, schieße. Er war nicht der Blocker. Jetzt wissen wir gar nicht, was hier passiert ist. Ich hasse das. Was, was, was war, was war das? Was? Sorry, Mann! Zombie ist doch der andere Traitor. Der hat doch, er wusste, warum er nicht auf mich schießt. Ja, Sean und Zombie sind es. Wer lebt überhaupt noch? Ich glaube, die Tunnelleute. Ja, die Tunnelleute. Tunnelleute leben bestimmt noch. Zombie, warum hast du mich getötet? Reden wir mal über Fire Bros Karma. Was ist denn da passiert? Was ist denn da passiert? Erzähl doch mal. Weißt du, letztes Mal war ich vorsichtig. Ich will ein bisschen radikaler werden. Ich bin radikal. Ich weiß, dass da wirklich jeden einfach eingeschossen ist. Du hast 600 gemacht. Wie viel Damage machst du? Fire Bros steht oben rechts. Ähm, wie, was meinst du? Um rechts. Er war eh nur zehn, er hat uns einfach erschossen. Ja, das weiß ich. Ich habe einfach den Traitor eine Waffe gegeben. Ich war letzte Runde Traitor und habe dich nicht erschossen. Ja, das ist, ich weiß, ich weiß. Ich dachte mir schon, du hast dich grundlos auf Pulli geschossen. Da waren zu viele Leute. Ich dachte mir, ich wäre einfach nur raus aus der Menge. Ich habe ja die Detektiv-Waffe die One-Shotet. Ich musste auf den Traitor schießen. Ach so. Ja, okay. Weißt du was? Ja, da war recht. Liegt hier noch eine Waffe? Eine gute? Nee. Okay. So nicht. Ja, die Auge ist gut. Hey, du hast so eine gute. Wollte ich gerade sagen, ich weiß nicht, was Maeve alles erzählt hat. Die Auge ist in Ordnung, aber Maeve weiß Bescheid. Da liegt noch eine Katze, falls du eine Katze lieber magst. Nee, 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 nee. Ich habe einen Weepy. Oh mein Gott. Der Weepy ist creepy. Der Weepy klebt an mir. Was glaubst du, wer den Weepy auf dich gemacht hat? Nicht du. Das ist richtig. Glaubst du, es ist Maeve, der ist nämlich ganz stillseite mit uns hier im Raum ist. Nee, 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 nee. Maeve ist nett. Nee, nee. Warum bin ich mit euch beiden überhaupt im Raum? Die kommen aus der Wand. Die sind böse und böse. Nee, warum kommst du aus der Wand? Was? Oh, was? Wie cool. Junge, holy shit. Als ob das einfach redet. Altado. So. So sieht es doch aus. Shark, let's go. Oh Gott. Immer mit. Gut, aber ich glaube da draußen. Vorsichtig. Ich glaube da draußen. Komm zurück, komm zurück. Nee, nee, alles gut. Hier ist alles sicher, Johnny. Die bösen Traitor sind jetzt tot. Vegeta? Ja, Detektivarbeit, ja. Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. War die Detektivarbeit gerade, sich Monster zu gönnen? Nee. Oh, ich sehe schon, du bist wirklich eine Rasse. Nee. Entschuldigung, haben wir hier noch ein paar Abflussrohre? Kannst du zufällig gut kochen? Dann schlüpft man unter meine Künze. Da hinten. Hier geht's runter, habe ich gehört. Ich wette, Layton hat auch eine Ratte unter. Ich kann nicht sprechen. Ich wette, Layton hat auch eine Ratte unter dem Hut. Okay, irgendwas passiert da gerade. Irgendwas geht da gerade vor sich. Johnny hat mich nicht erschossen, ich trau Johnny. Tommy? Warum tötet ihr alle, wenn ich sag? Das ist nur ein Engel. Ja, alles gut. Warum schießt ihr alle, wenn ich sag, ich glaube? Die Ratte. Die Ratte hat es nicht geschafft. Klassischer Fully oder erst? Morgue, weil die Fakte. Wer hat die Fakte verschossen? Das ist die Frage. Was? Warum? Aua. Die handeln viel zu voreilig gerade. Warum wohl? Was? Warum? Ha. Mach nie. Aua. Ich habe mich selber wehgetan. Oh nein, du bist Flatter jetzt. Mein fucking Gott. Nee, warte. Nein. Yes. Ach, warum bist du denn Kroll? Oder wie das hieß, Ding, Ding, der genieße. Trotz minus 120 Karma. Was heute mit den ganzen Teamkills? So wühlt es sich also an, wenn man das Spiel halbwegs normal spielen will. Huli? Wenn du mir die ganze Zeit verdammt in der Scheiße erwischt. Wie du mir vor der Folge erzählt hast, dass du seit einem Jahr nicht mehr einfach so killst, wenn jemand irgendwie keinen Grund gibt. Zombie hat gesagt, du bist Traitor. Ich wollte keinen Sommler. Ich habe gesagt, ich glaube, Johnny ist Traitor. Und dann, dass sie ihn ins sind erschossen. Aber ich wollte nur klarstellen, das sind genau die Sachen, von denen ich sprach. Und du so, das mache ich schon ein Jahr lang. Meinst du, so wie Maeve das? Wie Maeve sagte, ich glaube, es ist Traitor. Nein, nein, du musst nur irgendeinen Grund haben, mich zu töten und dann machst du es direkt. Na? Ich wollte die ganze Zeit dich töten, aber das hat mir quasi das Go gegeben. Warum wollte ich jetzt Zeit mich töten? Was habe ich denn getan? Die ist echt kacke. Was? Oder? Komm. Die ist doch voll schlecht. Nee, die ist gut. Die ist doch nicht gut. Nee, ich würde sagen, das ist eine der besseren Waffen. Ja, Winchester nicht. Winchester. Nee, 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 nee. Ja, also Zombie hat damit eine ganze Runde ausgelöscht. Dann kann ich das doch auch, oder? Na, dann reicht es ja für einen Spieler bei mir. Warum ist hier nirgendwo Munition für die... Okay, die MP7 ist scheiße, hier ist keine Munition. Hast du noch was Gutes hier rumliegen? Okay, die macht 14 Schaden, ist echt nicht so geil, glaube ich. Nee, die Winchester, also wenn du triffst, ist sie gut. Warum liegt hier keine... Hier ist keine Munition. Ich glaube, ich muss legit meine Tastenbelegung ändern. Was hast du gemacht, Detective? Wenn du mich fragst. Hab ich irgendwas auf Kuh gelegt? Die Waffe wegwerfen, so. Was hast du die letzten Male gemacht? Du hast sofort geschossen, wenn sich die Gelegenheit geboten hat. Was hast du die letzten Male gemacht? Oh Gott! Ich bin ja nett. Ich auch. Okay, chill dich, okay. Oh. So. Jawoll! Oh, Hinti, wir beide haben sie in die Menge gesehen und wir haben beide in Wahlluigi gezückt. Ja! Wir waren einfach breit! Ich war einfach nur richtig nicht freundlich. Oh mein Gott! Er hat einfach als Traitor den Detektiv wiederbelebt, einfach weil er es halt schön fand. Er wollte ihn einfach wieder leben sehen. Ich bin einfach noch den Zug ausgewichen, aber da Fully, mein Verliebter, war, ist nicht mitgestorben. Scheiße! Warum wusste ich, also ich dachte aus irgendeinem Grund, es gäbe eine Möglichkeit, dass Sonny kein Traitor ist. Ja, ich dachte auch, ich habe mich ausgefragt, hey, wie... Werter wachsen, Johnny, Werter wachsen. Werden wir von Werter wachsen reden. Hey, was sind das für Vorhöfe? Ich rede bei der Map die ganze Zeit immer ineinander. Was? Du bist hier nie alleine. Irgendwie ist die Map so... Ja, die ist ein bisschen kleiner, als wir dachten. Die Map, das ist das Problem, als wir getestet haben, waren wir nur zu dritt. Wir dachten, die ist groß genug für zehn Spiele, aber... Ich meine, es geht so halbwegs, aber ein bisschen nervig. Ein bisschen nervig ist es dann doch. Wenn gerade von nervig reden, Riki... Samma! Was? Was geht? Ich glaube, Fully ist es. Ja, ich glaube auch. Gehen wir zu ihm rüber. Fragen wir ihn, was er davon hält. Ja, komm. Nicht schießen, einfach nur fragen, okay? Wir stellen nur Fragen. Hier, wir fragen ihn nur. Wir schießen den Kopf, oder? Nee, 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 wir fragen ihn. Ich will wissen, was er sagt. Wir müssen ihn richtig bedrängen. Das kann ich. Ich bin hier... Oder Firebrow. Bist du ein Traitor? Bist du mir geschlossen? Du hast gerade geschlossen auf uns? Bist du ein Traitor? Nur ein Traitor würde auf uns schießen. Bist du ein Traitor? Du bist ein Traitor, oder? Der ist ein Traitor. Er hat mich geschossen. Das ist ein Blocker. Oh mein Gott. Maphis, Maphis... Warte, wer hat die Leiche identifiziert? Weiß ich nicht. Okay. Scheiße. Naja, und es wird taglich nicht ganz aufgehangen, Riki, aber... Was warst du, Gaitano? Naja. Ich muss fragen, Zombie, bist du in meinen Hai reingelaufen? Ich bin in den Hai reingelaufen, wie heute war er auf einmal. Zu meiner Zeit hat man noch Hallo gesagt, aber okay. Ach man, da lag so ein Leiche. Ach, das war so schade, Gaitano. Du dachtest, ich hätte ihn gekillt, und ich dachte, du hättest ihn gekillt. Ja, ja, doof gelaufen. Das ist scheiße. Ich weiß auch nicht, dass du das getan hast, aber so... Riki, ich war mir so sicher, ich war mir so sicher anlaufen. Kann man so sein. Riki! Ja? Wollen wir Gaitano bedrängen? So, Gaitano, Traitor wieder, oder? Gaitano! Warte doch mal. Gaitano, bist du wieder Traitor? Hey, warte, was ist denn? Warum jetzt diese Belästigung mir gegenüber? Bist du Traitor? Bist du Traitor, oder? Ich bin ein Detektiv. Wer weiß es? Zeig doch mal deine Dienstmarke. Ich glaube, die ist aus Polen. Ich richte vor euch. Nee. Ach, hier muss man sich ducken, shit. Ah, shit. Ich bin von Shinichi Kodo approved. Das ist der Mann aus Digimon. Ja, fast. Ich komme nicht mehr... Oh, eine Shotgun. Und der Armini hat sich daran erinnert, dass er innocent war. Das freut mich wegen. Kannst du Hockey wiederbeleben? Wie? Hä? Keine Ahnung, vielleicht mit Traitor-Sache oder so. Untersuch ihn mal. Nee, hier, Gaitano war hier. Kann ich untersuchen, wir haben Blocker. Gaitano, hast du den Pelator? Hast du einen Defil? Äh, leider nein. Leider nein. Ey, Riki, untersuch mal Hockey kurz. Das ist irgendwie so ein komischer Bug. Was passiert da? Die schießen sich grad tot. Warum lebt Maeve wieder? Warte, Maeve hat... Maeve hat alle gekillt. Inwiefern, was hat Maeve gemacht? Der hat vorhin schon Leute umgebracht. Der hat Hockey umgebracht. Der ist tot. Der war tot. Aber jetzt lebt er wieder. Nee, Maeve ist tot. Und Hockey ist auch tot, oder? Kann man jemand Maeve identifizieren? Nee, wir haben Blocker. Oh. Nee, 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 nee. Rattenmann, bleib weg. Inwiefern? Ich bin kein Rattenmann. Ich bin eine Ratte. Ich glaube nicht, dass du Traitor bist. Morgi? Ja. Ja. Was? Du läufst ganz schön die, wie es durch die Gegend. Ich weiß ja nicht. Ich kann nichts dafür. Ich bin eine Ratte. Ich bin immer so. Ja. Ja, wirklich. Ich bin nicht Ronald McDonald. Dem würde ich nicht vertrauen. Auch wenn er Detective ist. Ich glaube, der ist Traitor. Nein, nein, nein. Er wollte doch irgendwas zu uns umbringen. Ich glaube, wir haben Morgi geschehen. Nein, wollte er nicht. Detective, du hast doch nicht grundlos auf ihn geschossen. Ich such ihn mal bei Blocker. Mann, es gibt immer noch einen Blocker. Mann, es gibt immer noch einen Blocker. Ich gehe doch da runter. Ich gehe doch da runter. Ach ja. Oh oh. Ich glaube, er versucht uns auf unauffällig. Ja, er hat sich verzogen. Morgi, wo bist du? Hallo, Leute. Oh, Morgi ist hinter mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wow, Morgi. Oh, ja, das war klar. Ich musste Zombie töten. Ich war Execution. Warum haben wir nichts gemacht, als Johnny einfach Maeve wiederbelebt hat? Ey, Maeve, da habe ich gecheckt. Ihr habt mich umgebracht. Ich habe mich gar nicht drauf geachtet. Maeve war auch Inno, oder? Doch, ihr habt es ja geschafft, mich umzubringen. Ja, aber Johnny hat mich einfach wiederbelebt. Das war's mit in der Menge. Das habe ich verstanden. Aber warum hast du mich... Wolltest du nur meinen Bodyguard ausreizen? Ach, warum ich nicht getötet habe? Einfach, um den Bodyguard zu ärgern. Du wolltest einfach nur ihn ausprobieren, oder? Ob der klappt, der Bodyguard? Ja, er hat als Bodyguard versagt, aber als Johnny hat das funktioniert. Ihr könnt ihn aufheben und wegschleudern. Ich habe keinen Schutz hinter uns, Maeve. Was ist das? Maeve, was? Zombie, du hast eine Belohnung verdient. Willst du die Schockpistole? Krass. Ja. Nein. Und die Baumwolle? Keine DNA. Was soll denn das? Du kannst dich auf mich nicht machen, scheinbar. Was ist das? Ja. Scheinbar. Aber auf Rücken kann ich es machen. Nein, mein... Oh mein Gott, wegen dir. Ich habe meinen Magnetostick verloren. Ich kann Riki nicht mehr. Ich habe keinen Magnetostick mehr. Er war's gar nicht tot, okay? Ich hab dir Elektroschock gegeben, aber... Ich leg die Bombe. Ich leg die Bombe. Ich leg die Bombe. Ach, ist das der Doorbuster? Was? Achtung. Ich glaube, es war nicht der Doorbuster. Ach, du Scheiß. Was war... Was war diese Granate gerade? Was? Sind alle tot? Ja, wahrscheinlich. Okay, wo bist du? Okay. Wo bist du? Eine Granate. Aber man muss das Game wohl upsteppen. Ähm... Dann steppt man das Game up. Safe im Tunnel. Ach ja, irgendein Pisser wartet. Wenn ich in den Tunnel reingehen soll... Das ist der größte Pisser, glaub mir. Aber nicht mit mir, mein Freund. Achte auf die Bohrmaschine. Wenn du die hörst, dann weißt du, wer es ist. Nee, weißt du... Ich... Bin ein Heuchler. Ich geh in den Tunnel. Das wusste ich schon. Erzählst du mir nichts Neues? Ach ja. Ah, okay. Na ja. Ich möchte anmerken. Was ist passiert? Wir haben bei Timo reingeschaut. Hä? Was ist passiert? 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 Er war ein Turret. Gaetano ist entweder. Er ist in meinen Turret gelaufen? Pass auf, pass auf, pass auf. Er meinte, ich bin ein Heuchler. Ich geh in den Tunnel. Und dann wurde er vom Turret erschossen. Oh, wie gut! Yes! Sehr, sehr. Sehr, sehr. Das sah so schön aus. Danke, Mann. Danke, Mann. Richtiger Jumpscare. Mann, ich wollte mich nicht mal wieder überleben. Also versuchen wir diesmal nicht in der Mitte zu stehen und uns von einer heiligen Granate abwerfen zu lassen. Okay. Jesus Christ. Jesus Christus! Das schock mich nicht, Johnny. Das schock mich nicht. Ja, aber du hast ja auch eine. Ich glaube, ich geh in den... War hier die Tür? Das ist die beste Waffe. Oh, hier ist die Tür. Ja, hier ist die Tür. Bin der Erste. Steuern zu. Ganz toll, Johnny. Ich bin Ritter. Ja. Guter Ausblick, oder nicht? Wo führt die Leute überhaupt hin? Oh, weißt du, was cool gewesen wäre? Wenn Riki jetzt wieder gestartet hätte, wie immer? Hör auf zu schießen, Mogi. Oh mein Gott, Hilfe. Was macht die da? Scheiße. Was? 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 Das fand ich jetzt echt nicht so cool. Wie? Wie? Was? So eine Scheiße. Der war doch damit beschäftigt, das zu öffnen. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht so was. Und Mogi liegt da tot. Wollen wir's untersuchen? Nee, da kann jeder rein. Wir waren da gerade mit drin und die sind alle erschossen worden. Da kann man nur als Traitor runter. Ja, da kann jeder rein. Probiert es einfach. Er hat es auch gesagt, aber ich... Rechts und links von uns sind deine Krippplatten. Oh nee, Kamer. Ja. Ihr macht wieder den Maskenhändler. Heute ja nicht die besten Runden, muss ich sagen. Ich hole halt, warte. Jetzt fühle ich mich schlecht. Ich habe Fully gar nicht richtig zugehört. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja, klassischer Fully. Ich geh hier ab. Ich habe gerade einen Kies-Schinken-Krepp. Ah! Du Schwein! Aber er ist weggelaufen. Wait, ist das? Was ist hier passiert? Frau Kie? Ah! Detective, bitte. Hi. Detective, bist du... Was? Ich muss jetzt nachladen. Das ist ja... Warte, 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 warte. Der Tado tötet irgendwie nie Leute. Doch, er tötet mich. Er glaubt an das Gute im Menschen. Ja, er hat niemand tötet. Warum, sie kriegt hier auf einmal anders aus. Ich fand es immer in den falschen Momenten. Der Tado hat das schon mal gemacht und dann hat jeder übersehen, aber diesmal hat es nicht geklappt. Nee, schade. Ich püge mich in meine Welt ein. Der war jetzt so bunt. Junge. Das ist übrigens kein Traitor-Raum für alle nochmal. Ich geh mal in den Traitor-Raum. Hey, hier ist legit jemand drin, was? Ja, was? Ist das ein Traitor-Raum? Ist das ein Traitor-Raum, Jungs? Ist das ein Traitor-Raum? Ist das ein Traitor-Raum, Jungs? Oh mein Gott, irgendjemand hat sie... Nein, die Waffe wurde grad von der Tür weg geschleudert. Oh was? Maid, du hast doch auf ihn geschossen. Ich hab's gesehen. Schieß auf mich. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Fucking Weapon Angel. Ich wusste, dass Maid es war. Ich wollte schon sagen, Maid war's. Ich wusste nicht, von wo der Weapon Angel kommt. So ne Scheiße. Ja, hä, was war's? Und ne Winchi. Ich mach nur, das ist keine Winchi. Ich mach nur, das ist keine Winchi. Ja? Danke. Nee, das ist keine Winchi. Das ist ja wirklich die schlechteste Runde meines Lebens hier. Oh, wer ist wohl? Wolltest du auf mich schießen? Wer hat jetzt geschossen? Nein, nein, natürlich nicht. Ich wollte nicht auf dich schießen. Er hat geschossen, aber es war der Boden. Und, äh, also... Fuck. Okay. Oh nein! Oh nein! Oh Gott! Oh Gott! Das ist die wahre Hölle! Ich muss nachladen. Ich muss meine Katze streicheln. Wo ist er? Oh. Oh mein Gott! Fuli hat sie wirklich alle erwischt. Ja, fast. Es bleibt nur noch einer übrig. Hallo? Ich bin mir sicher, er ist gut genug um das zu klären. Hallo? Ach. Ich meine, er und Fuli haben gleich viele Leben. Hallo? Hallo? Oh mein Gott. So viele... Oh mein Gott. Ah! Fuli! Fuli! Oh mein Gott! Nein! Oh, Fuli! So gut und dann so verschissen. Ja. Apropos verschissen. Ist das ein Vogel? Ist das ein Flugzeug? Nein, das ist die letzte Runde! Nice. Was hat das mit verschissen zu tun? Was hat das mit verschissen zu tun? Keine Ahnung. Keine Westerl clips eingefallen aus mir in Ruhe. Was... Was hat das mit... was hat das mit Fschissen zu tun, Ricky? Ja, was soll man das, Johnny? Was hat das mit Fschissen zu tun? Was hat das mit Fschissen zu tun? warum waren meine Partner so verschissen? Ich werde jetzt radikaler. Hörger, Segret tolerate такую. Naja, hält man sich besser fern von solchen Leuten... ...hält man sich besser doch fern. So, 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 so. Wen haben wir denn da? Der Clown höchstpersönlich. Ist okay, ist okay, ist okay. Wenn ihr gesehen habt, ist der Clown. Soll ich betrunken oder so? Was ist voll lustig, wer? Dann, was denn, wenn du mich erschießt? Wenn du auf mich schießen würdest, weil die beide schießen. Bist ihr auf mich oder so? Ja, okay, das wäre echt scheiße. Ja, das wäre scheiße. Das macht ihr da. Das wäre richtig scheiße. Ich bin so verwirrt. Das wäre mega scheiße. Das wäre super scheiße. Mann. Spaß, 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 Spaß. Wer hat geschossen von euch? Beide? Wer schießt hier? Das ist die, die nur einmal schießt, immer. Ach, fuck. Ich glaube, hinter uns wurden alle massakriert. Für mich wirkt das nach typischer Vertrauen als Schleichentaktik. Nein, das ist schön gut. Okay, was meinst du, wie viele sind es noch? Achtung, hier sind ganz viele Schlangen, Leute. Pass auf. Bist du retreat? Fuck! Mogi, warte, warte, wie viele leben noch? Okay, Mogi, da, Mogi, bald, irgendwas versucht. Oh, äh. Was ist hier los? Wir sind Schlangen, Mogi. Au. Die Schlangen. Die Schlangen. Ich hab die Runde nicht verstanden. Ich hab euch erschaffen. Ja. Ey, Meg. Das war eine wilde Runde. Ich hab alles gesehen, ich stand wieder im Fenster. Timo war einfach der Zauberlehrling. Ich stand im Fenster, ich hab alles gesehen. Mogi, die ganze Runde unsichtbar. Ja, ich hab alles gesehen. Ich hab eigentlich niemanden gesehen. Ich war nicht nur unsichtbar, ich hab auch alle drei Shuriken aus nächster Nähe daneben geworfen. Bonusrunde. 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 Naja, naja, naja. Willst du mir die gute Waffe geben? Kann dir auch was anderes geben. Pass mal auf. Unendlich Munition. Okay, okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Du kriegst deine Waffe, wenn du sie willst. Nee, ich will die nicht, ich hab sie schon. Das ist übrigens Rechtsklick. Hallo? Haben wir hier ein paar Traitor? Hallo? Hallo? Ich hab unendliche Munition. Hallo? Hocki ist also. Oh mein Gott. Nein, wieso? Warum jetzt? Hä? Warum, Mogi? Keine Ahnung. Hab unendliche Munition. Ich mein erst, der sekt ist, er darf das. Ja. Oh mein Gott. Oh, Linkstick ist besser. Maeve, nein? Hast du Mogi? Ah, sehr gut. Der ist praktisch ehrlich, der Dude. Ich hab Angst vor Mogi. Wo ist er? Hallo? Hallo? Ist aber wieder hier reingegangen? Hocki war ein bisschen Resport. Hocki war ein bisschen Resport. Warte, war das Kildfoto von Mogi. Ja, hat Hocki getötet? Ah, da. Da ist es. Oh, da war ein Dopposter. Oh mein Gott, der ist da wirklich drinnen. Warte, der Hockey lebt? Ach ja, wo der Hansch? Diese Monster will ich ja schaffen. Ich glaube, Reki ist es. Meinst du, Reki ist es? Ja, schieß doch auf mich. Wie du den Traitor wart. Alter, was? Ja, ich war Groll, ich war Groll. Ich war betrunken. Ich hatte mich gefreut, dass die Innos uns gewinnen, weil so viele noch leben. Betrunkener und Groll ist ja ne richtig scheiß Kombo. Aber warum... Eigentlich, eigentlich... Sorry, Reki, dass ich auf deine Falle reingefallen bin. Ja, ich wollte jemand anderes wissen. Ich weiß, das war feinlich von mir. Man muss sagen, die Innos haben die Runde verloren wegen Moggy, weil er hat mich erschossen als Groll. Es ist die Wahrheit. So wie gesagt, einer geht noch. Einer geht noch. Die Ultra-Bonus-Runde. Einer geht noch. Okay, scheinbar. Ultra-Bonus-Runde, Ultra-Bonus-Runde. Ich habe nicht mal ne Waffe geholt. Ich habe doch nicht mal ne Waffe, Jungs. Jetzt habe ich eine. Wir haben hier einen Clown, der sterben will. Zufälligerweise. Vom Restaurant zur goldenen Möwe. Lebt der Clown noch? Ich höre viele Schüsse. Ich hoffe, jemand schießt auf den Clown. Nein, warte, es geht um den Clown. Nein, du warst der Letzte. Was war das für ne Runde? Das war auch ne Ultraschnelle Runde. Allein du... Der Clown war es schon wieder, ich wusste es doch. Ich habe so viele erschossen gerade. Direkt am Anfang so. Bonus-Runde, aber ohne Ricky. Bam. Voll ins Gesicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf der etwas größeren Map. Tschüss. Bye.